Es ist seit einigen Tagen wieder deutlich zu sehen in den öffentlichen Verkehrsbetrieben, also U-Bahnen, Zügen und auch Bussen und auch in Supermärkten tragen immer mehr Menschen aller Altersgruppen wieder FFP2-Masken, hier auf Archivbildern. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Als Abwehr gegen eine Ansteckung oder weil man selbst infiziert ist. UE24 war in der U-Bahn in Wien auf Lokalaugenschein. Gleich beim Einstieg in Meidling bei der U6 fällt auf, es sind auch bei dieser Fahrt etwa drei Maskenträger dabei. Ein Herr neben uns, er ist auf diesem Bild zu sehen, sagt er sei Krebspatient. Nach dem Aussteigen nimmt eine Frau ihre Maske immer noch nicht ab. Ich möchte mich nicht anstecken, die Abwasseranalysen zeigen eine hohe Fallzahl, sagt sie. Die Zahlen geben den Trägern wohl recht. Innerhalb einer Woche haben sich die Covid-Fälle um ein Drittel erhöht. Es gebe einen nationalen Rekordwert an SARS-Co2-Konzentration im Abwasser, schreibt Molekularbiologe Ulrich Elling auf AX. Das Abwassermonitoring in Tirol zeige ein deutliches Signal. Bis zu vier Prozent der Bevölkerung sind Covid-positiv, hieß es schon Ende November. Eine Pflicht, FFP2-Masken zu tragen, gibt es nicht. Zuletzt hat allerdings Gesundheitsminister Johannes Rauch eine Empfehlung, FFP2-Masken zu tragen, ausgesprochen. Sohn